Musik Jo Leute, was geht ab? Da ich heute ja nicht Fußball gucken kann und um diese Uhrzeit am Arbeiten bin und ich ja eigentlich so wie jeden Tag eigentlich einen Stream mache und eine Wette mache, könnt ihr hier unter dem Video schreiben, wie ihr heute schätzt oder was ihr heute wettet, wie Deutschland spielt gegen, na wie hieß es, Mexiko und ihr wisst die Regeln hauptsächlich reinschreiben, wie sie genau spielen. 3, 1, 2, 1, 4, 1 oder wie sie gewinnen oder verlieren. Wenn ihr das hier unter diesem Video schreibt und ich mir das wieder angeguckt habe und dann verlose ich wie immer eigentlich die ganzen, so ein paar Waffen von mir. Also wünsche ich euch viel Glück und bis später. 4, 1, 3, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 17! Vielen Dank.